Hallo, ich bin der Guter, ich komme aus der Dönerbrülle. Willkommen zu einer neuen Folge Undertale. Das Original-English-Spring ist ein Typ, der nur scheiße Englisch reden kann und hier trotzdem kommentiert, auch wenn das Kommentar auf Deutsch ist. Ich bin immer noch im Hotland vom letzten Part, wo ich das Rätsel angenommen gelöst habe und bin inzwischen beim Rätsel auf der anderen Seite und... Alphys wundert sich gerade im Status, ob es mir den Spaß verwerben würde, das Rätsel zu erklären. The way to work is blocked, so I had time to catch my tongue's show on my phone. Special effects were amazing today. Dirty human eye must look real. Er sagt, er war angefangen und hatte keine Zeit arbeiten zu gehen und er konnte erst für mich arbeiten gehen, aber er hatte Zeit, sich Metadons Show... Metadon, you know, Metadons Show anzuschicken, Leute. Wir sind jetzt immer so gegen Metadon. Ähm, der es eine Kursshow ja am letzten Tag war. Ja. Der Mensch sah sogar sehr echt aus. Und Undertale ist wieder durch den Quartal. Oh mein Gott, Metadons Fanclub hat sogar drei Mitglieder. Das hier wird jetzt nicht schwer, weil ich hab schon die schwere Version gelöst. Ich hab zwei Schüsse. Oh mein Gott, was ein schweres Rät. Man muss halt wissen, dass man auch einen der Steine kaputt machen kann. Ich hätte das andere auch nicht lange gebraucht. Cack, das war ein... So, hier das öffnet sich dadurch, dass ich beide Rätsel gelöst habe. Und ich kann weiter. Jetzt will Elf des Mers looks like Lea. Äh, I think, äh, hey, about the puzzles on the left that you write. They have been difficult to explain, but, äh, you already saw them. Awesome! Ja, da ist ein bisschen tolles Rät. Wo sind wir hier? Ein dunkler Raum. Telefon. Hey, it's kind of dark in there, isn't it? Don't worry, I'll hack into the light system and brighten it up. Eine Küche? Oh no! Nein, Metaton! Oh yes! Welcome, Beauty, to the Underground's Premiere Cooking Show! So, kochen mit dem Killer Roboter. We had your ovens because we've got a very special recipe for you today. We are going to be making a cake. Wir machen heute Troukenölfe. My lovely assistant here will gather the ingredients. The end. Ja, ich werde dir halt das ganze ausfüllen. Everyone, give them a big hand. I love you, too. We'll need sugar, milk, and eggs. Oh! Go for it! Actually, it's sugar, air, and water. Great job, just put them into the middle of this counter. Wir brauchen noch etwas ganz wichtiges. Die wichtigste Zutat. Wir brauchen noch eine Menschenseele. Hello, I'm kind of in the middle of something here. Wait a second, couldn't you use a substitution in the Recythe? You mean use a different non-human ingredient? Why? What if someone's... ...Vegin? If someone's vegan is, how should he eat this cookie? That's a brilliant idea, Elvis. Actually, I happen to have an option right there here. MTT Brand Always Convention. Human Salt Flavor Substitute. Ja, und zwar ein Mel... Mel... Meladon. Ne... Topic and right. Super tolles... Immer... Sein des... Menschen-Seelen-Geschmacksersetzungszeuges. Sorry. A can of which is just over on that country. Well, darling, why don't you get it? Ich muss es natürlich holen. Es wird noch ein bisschen schwierig. By the way, our show runs on a strict schedule. If you can't get the can in the next one minute, well, we'll just have to go back to the original plan. So better start climbing, beautiful. Now I'm going to go up in just one minute or we have to take the original plan again. Oh no, there's not enough time to climb up. Unfortunately, I might have a plan. When I was upgrading before I added a few features. You see that huge button that says Jetpack? Watch this. Ja, my Handy has a Jetpack Button. There. You should have just enough fuel to reach the top. Now get up there. Ich muss den Marathons anrufen ausweichen. Und ihr wisst, wie ich ihn jetzt ausweiche. Hier kann man doch teilweise nicht ausweichen. So was soll man denn da machen? Oh Gott, ich begreife das. Aber bei einigen Attacken kann man doch gar nicht ausweichen. Oder wollt ihr mir sagen, dass das realistisch ist? Hier, ich schaff's nicht. Aber eigentlich müsste das möglich sein. Äh, what, why aren't you moving? Ach, ja nicht genug. Was, I forgot. Right about now is when we have our commercial break. What I unfortunately mean, that means no one is watching this right now. Ah, sehr gut. Er wird mich nicht umbringen, wenn keiner zuguckt. Looks like me for me once again. Thanks to the brilliant Dr. Earthis. Until next time. Es ist aber auch möglich, das zu schaffen. Das weiß ich. Ähm, I guess we did it. Well, anyway, let's keep going. Also einfach weitergehen. Oh, der Chor. Ja, diese merkwürdige Struktur. Der Chor, wie gesagt. Ja, in diesem Chor. Da wird alle Energie geworden. Aus der Magenmark, die der Untergrund braucht. Und das auch ein Aufzug in Eskors Castle. Von da aus kann nicht gehen. Und die Theorie besagt, dass Gasstar, von dem wir schon gehört haben, diesen Chor gebaut hat. Äh, okay, ich hatte aber normal auch nur das als Auswahlmöglichkeit. Doch nicht, das ist eine Abkürzung zum Eingang vom Labor. Ah ja, reingehen wäre noch eine Idee, ne? Von eins komme ich doch bestimmt. Von Right Floor One. Es gibt dann neben dem Right Floor Two, also recht dafür zwei logischerweise. Noch zwei andere. Hier. Ich soll mir den Namen merken. Leute, Sans am Start. Und der hat nen Hotdog in sich. Der hat nen Hotdog in dem Krater. I love Hotdogs. Hey, isn't it weird? There is snow on that guy 3. Gertie just too lazy to clean. Na. Natürlich hat Sans Schnee auf seinem Lachen. Hey, buddy. What's up? Wanna buy Hotdog? It's only for me. Mach ich. Here's a dog. My dog. Apostro. Dog. It's short for Hotdog. Doh, ich nehme noch eine. Oops, I'm actually out of hotdogs. Yeah, you can have a hot cat instead. Die halt einen Leben mehr. You're holding too much. Guess I'll just pull it on your head. Ich muss nix bezahlen dafür, diese Hotdogs auf meinem Kopf zu stapeln. Ja, er kommt. 30 ist das Limit von Headdogs. Oh nein, die Hotdogs. Oh nein, die Hotdogs. Oh nein, die Hotdogs. F ist Dinner with the girlfriend. Ähm, ja. Was auf ihrem Ei. Und Pyro. Cool down. Und ich glaub, das war falsch. Autsch. Aufheiz. Ja, da freut er sich. Autsch. Ah, ich muss noch weiter. Oh kacke. Zum Glück ist das nicht grad die stärkste Attacke. Jetzt kann ich hier den Kampf beenden. Cool Skelle. Wer könnte das nur sein? Are we posting Hotpick? Here's me and my cool friend. Papyrus vor einem Spiegel. Und mit Photoshop hat er so. Er hat eher ein Muskeln angegriffen. Ja, Napsterblut 22 hat mir ne Freundesantrage geschickt. Oh, schade. Es hat sich selbst abgelehnt. Ach. Ich bin zubleib. Es bleibt jetzt aber halt. Kacke. Warum ist sie eigentlich eigentlich nicht da gezeigend? Ah, der ist aus ner Wasserwurst gemacht. Wie sieht denn halt das Quiche? Oh. Ein seelisch beschadetes Äpfung. Das ist halt wieder ein besseres Rüstungsstück. Ohr und ein Leben jeder und regenerieren. Das ist verdammt gut. Und dann kann ich. Gut. Gut. Ah. It's dr. Healthis. This puzzle is kinda, uh, timing based. You see those switches over there? You'll have to press all three of them within three seconds. I'll try to help you with still written. Hm. Hä? Ich konnte die irgendwie nicht drücken. Okay, now press the third one. Hey, looks like you only need to press two of them. F.S. hat dafür gesagt, dass ich den dritten nicht erwischt, aber hey, ich brauch nichts. F.S. versucht nicht mehr zu helfen. Hey, I'm going to the bathroom where I will be nearby. Ja, danke. Ich bin hier. Ich bin hier nicht mehr. 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 Ich bin hier nicht mehr davon. Wie istleich eines? Ich bin hier nicht mehr. Ich bin hier nicht mehr verletzten. Ich bin nicht mehr. Aber als kann ich losgehen? Dann müssen wir noch ein Switch. Oh kacke, ich glaube ich war gerade an. Mh, falsch! Es ist glaube ich nicht so schwer. Kann ich jetzt los, oder müsste ich? Vergiss es! Warte, wenn ich jetzt hier... Mann, wer der Switch macht! Leute, bin ich gut. Halt die Fresse gleich im Status. Ja, der Gedanke, dass die Maus irgendwann den computergeschützten Safe schnackt und an den Käse kommt, erfüllt mich mit Entschlossenheit. Grüße an Fragezeichen-Man, der hat mir gerade einen Skype geschickt. Halt die Fresse, Helpes! Ich schlag dich! Oh! Hey, stopp! Die ganze Königswache! Oh! Wir haben einen Anonymous-Type über ein Mensch mit einem Stripe-Shirt. Sie sagten uns, dass sie vor allem in Hotland waren. Und das ist jetzt so scary. Oh! Just stay chill! We will bring you someplace safe, okay? Huh! Huh! What's it, what's it, bro? The Shat there very... Like, what about it? ähm, hallo, bro, are you thinking, what I'm thinking, bummer, this is, like, mega embarrassing, we, like, actually totally have to kill you and stuff. Königswache. Rüstenreinig. Rüstenreinig. Es wird zu warm für ihn und er zieht die Rüste weg und so ist es viel besser und ich gönn mir mal Ich kann die Rüste wegnehmen Die machen scheiße Schaden Dude, I can't take this anymore, not like this, like, dude, I like, like you, bro, the way you fight, the way you talk, I love doing team attacks with you, I love standing here with you, bouncing and waving our weapons in the sink, too, I like you, want to stay like this forever, what the f***, I mean, uh, gotcha, bro, yeah, bro, do you want to get some ice cream after this, sure dude, yay, jetzt habe ich mich zusammengebracht, 100 Kölzer, ja, ich wusste ich, wie der Kampf geht, ja, jetzt fällt mir ein, dass wir mal gucken, was wir so machen, oh lord, okay, I'm back, another darker room, huh, don't worry, my hacking skills have got things convert, are you serious, oh yes, good evening beauties and gentle beauties, this is Metadon, reporting live from MDD News, an interesting situation has arisen in eastern Portland, fortunately, our correspondent is out there, reporting live, brave correspondent, please find something newsworthy to report, der mutige Korrespondent soll etwas von mir zu hören, our twin wonderful viewers are waiting for you, die ganzen 10 wundervollen Zuschauer warten, da unten, local Metadon, äh, Metadon, and very rich, famous and judges, too, tiny volcano monster tries its best, receives tiny applause, fast, he's really gone high, basketbots and laughs isn't it, darling, too bad you can't play with you for their MTT brand passion, you can get rich in tennis, like, my whip out and beautifying a few orbs, without this one, oh my, it's a present, and it's addressed to you, darling, aren't you just bursting with excitement, what could be inside, well, no time, like, the present to find out, attention viewers, our correspondent has found a present, and it's time for the unboxing video, Pokemon TCG opening, guys, let's find out what's inside, oh, eine Bombe ist in dem Geschenk, looks like Christmas came early this year, if Santa gave people Bombs instead of presents, really tough, a bomb, what a tough for you, they even decide to light it for you, but don't get too excited, you haven't ever seen the rest of the room yet, sie haben sich sogar entschieden, die Bombe für mich anzuziehen, oh my, it seems everything in this area is actually a bomb, that dog's a bomb, that basketball's a bomb, even my words are, bombs, lol, brave mutiger correspondent, brave correspondent, if you don't defuse all of the bombs, this big bomb will blow you to smith for instance in two minutes, then you won't be reporting live any longer, ha 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 ha, our nine viewers are going to love watching this, good luck darling, don't worry, instead of bomb defusing programming on your phone, use the defuse option when the bomb is in the defuse zone, now go get em! man muss natürlich auch erstmal herausfinden, wo die Bomben entdeckt werden, wo die Bomben entdeckt werden, geezein wo die Bomben es questa Всемんですch beep, diem über das ganze vollgelassen, diem über daslls ressignis sind wichtig, Great job, head for the center, I'm using, äh, I'm getting to trust in the last of war persönlich. Extrem agiles Wasser-Alter, war das guuuut! Scheine Fehler, perfect gemacht! Dafür is like a blöda! Well done, darlings! They exploded all of the bombs, if you didn't react back then. The big bombs would have exploded in 2 minutes. Now it won't explode in 2 minutes. Er hat die Opa gewählt. It won't explode in 2 minutes. Er hat die Opa gewählt. It won't explode in 2 seconds. Ne, I'm sorry. Goodbye, darlings! Uh, it seems the bomb isn't going off. That's because while you were malogging, I fixed, uh, a change. Oh no, you deactivated the bomb with your hacking skills. Yeah, that's what I did. Curtis, it seems I've been foiled again. Cause you, huh, humans, cause you, Dr. Elphys, for helping so much. But I don't cause even my 8 wonderful viewers for tuning in. Until next time, darlings. Ich habe es geschafft. Elphys hat die Bombe deaktiviert und die 8 Zuschauer sind vermutlich enttäuscht. Wow, we really shot him, huh? Hey, I know I was kinda wet at first. But I really think I'm getting more, uh, more confident about guiding you. So don't worry about that big dumb robot. I'll protect you from him. And if really came, it really came down to it, we could just turn, uh, nevermind. Later. Ja. Sagen, sie wird mich schon vor diesem bepettende Roboter beschützen. Ich geh weiter. Was kommt als nächstes? Wieder eine Aussicht auf den Chor. Hoffentlich ein Savepunkt. Ich bin ein Partlang und erinnert mich. Äh, I know Test, you've been quite of kind. Are you worried about meeting Asgore? Well, don't worry, okay? The King is a really nice guy. I'm sure you can talk to him, man. With your human soul, you can pass through the barrier. So, no worrying, okay? Just forget about it and smile. Ja. Ich soll einfach vergessen, Asgore wird mich schon durchlassen. Das hab ich schon öfters gehört. Jetzt ist L2 freigeschaltet. Damit fehlen nur noch die Dritten. Und da kann ich in den Left Floor. Drei aber. Für heute geh ich Left Floor 1. Saven. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.